Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir sind leider ja immer noch im Winter. Ich musste ja noch mal ein Savegame laden, weil ich versehentlich irgendwas freigeschaltet habe im Cheatmenü, das ich benutze, um die Screenshots aufzunehmen. Ironischerweise geht es nicht ohne. Geplante Feier, genau. Also, es wird auf jeden Fall noch Silvester gefeiert und unbetriebenes Gerät, Flutlicht. Ja, genau, da fehlen noch die beiden Strommasten. Das können wir eigentlich mal eben machen. Ich weiß gerade gar nicht, was ihr alle so tragt, aber mach mal bitte die Strommasten fertig, liebe Vanessa. Dankeschön, dann ist das Flutlicht theoretisch auch in Betrieb. Jetzt haben wir noch Kälteeinbruch und Risikozusammenbruch von Ken. So, das verbraucht jetzt auch. Es ist also tatsächlich an. Hm. Dann müssen wir mal hingehen und hier über so einen Sensor nachdenken. Ja, das bringt jetzt nichts. Ja, wir hatten ja hier diese ganzen Sachen für Tag-Nacht-Sensor. Die haben wir natürlich in Wirklichkeit noch gar nicht. Von daher, naja. Da müssen wir da halt noch ein bisschen drauf warten. Gucken wir mal kurz in die Forschung. Wir forschen gerade die synthetische Rüstung und wir könnten danach natürlich mal in die Sensor-Geräte gehen. Da haben wir nämlich den Tag-Nacht-Sensor und dann können wir nämlich bestimmen, dass wenn Tag ist, die Lampe ausgeht. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Aber vielleicht macht es auch Sinn. Herr, die Geschütztür. Wir brauchen fünf Tage. Das ist natürlich richtig lang. Chitin-Synthetik. Synthetik aus Insektenfleisch. Okay. Aus Insektenfleisch. Tatsache, ja. Ich würde sagen, wir machen danach den elektrischen Forschungstisch. Dann geht es forschen ein bisschen schneller. Okay. So. Hohe Geschwindigkeit. Genau. Äh, hier werden gerade die Lager leer geräumt. Beziehungsweise die sind leer. Dann können wir das abreißen. Äh, abreißen wir nicht. Das geht doch auch schneller. Also abreißen. Schwupp. Schwupp. Ja, super. Will man einmal richtig machen. Dann reißen wir das auch alles ab. Oh Gott. Abreißen. Okay. Gut. So. Und dann werden wir jetzt noch einen weiteren Ofen bauen. Jetzt möchte ich mal kurz überlegen. Wir haben hier die Steine. Machen wir die beiden jetzt zu Steinen. Backen, Steine. Und wir haben ja gesagt, wir gehen auf 200. Genau. Steine, Steine. Und dann kommt die Metalligierung hier raus. Und dann bauen wir noch einen weiteren oder neuen Ofen. Können hier auch welche hinsetzen. Machen wir zwei Stück noch. Und da werden wir Metallschrott und Ärzte in Metalligierung umbauen. So. Feier um 23 Uhr. Es ist 19 Uhr. So. Äh. Ja. Genau. Hat das leider übernommen. Macht nichts. Schmelzen. Erz. Bis wir 200 haben. Und hier schmelzen. Ja. Ja. Ich würde jetzt gucken, dass wir erstmal das Erz wegkriegen. Dass wir den Metallschrott ein bisschen sparen. Abbau. 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 Gut. Okay. Schneeballschlacht. Ja, cool. Aber ich gehe ein Foto von machen jetzt. Jetzt pausiere ich mal eben. So. Alt. Ich speichere mal kurz, Leute. Normalerweise speichere ich eigentlich nicht während des Let's Place. Aber in diesem Fall mache ich es, weil ich Angst habe, wieder die falsche Taste dazu drücken. Ähm. So. Alt. J. Ist nämlich falsch. Ne. Alt. J. Genau. Alt. J. macht die Kamera. Alt. U. macht das Interface. Nein. Also. Alt. U. ist falsch. Alt. U. schaltet die Sachen frei. Also. Spielladen. Seht ihr? Seht ihr? 19. Laden. Gut, dass man nochmal schaut. Also. Alt. J. Schaltet mir die Kamera frei. Damit ich euch hier schön mit den Schneebellen draufkriege. Muss das nochmal rausgehen. Ich muss natürlich die Häuser anhaben. So. Und jetzt muss ich aber eben nochmal nachschauen, was dann das Interface verstecken war. Ja. Ähm. Alt. J. Alt. Y. Genau. Nicht Alt. J. Äh. Nicht Alt. U. Also. Alt. J. Muss man jetzt. Alt. J. Alt. Y. Genau. So. Das ist halt vor allem immer dann blöd, wenn man es eigentlich schon mehrere Male gemacht hat. Muss dann doch wieder vergisst. So. Jetzt müssen wir nur in den richtigen Moment erpassen. Ich denke, so können wir es nehmen. Okay. So. Verlustfrei. Screenshot aufgenommen. Sehr schön. Silvester. Wird auch schon gefeiert. Gelteeinbruch immer noch aktiv. Versammeln zum Feiern. Vanessa feiert das Neue. Da werden überall Silvesterknaller-Raketen gestartet. Sehr schön. Fehlfunktion Windrad. Ja. Ich könnte davon jetzt einen neuen Screenshot machen. Aber es hat ja in der letzten Folge schon nicht geklappt. Das lassen wir jetzt. Wir haben die Schneeballschlacht auf dem Screen. Das ist auch schön. So. Lassen wir uns wieder die Häuser hier anzeigen. Wunderbar. Wunderbar. Ken schläft. Der hat keinen Bock. Das ist okay. Nicht jeder hat Bock auf Silvester. Vanessa unterkühlt sich jetzt. Das ist natürlich ungünstig. Versorgt jetzt noch einen Brennofen. Ein paar Steine. Sehr schön. Und ich denke, wir bauen dann bald eine Backsteinhütte zum Schlafen für unsere Leute. Und dann wird hier das Handwerk noch ein bisschen aufgebohrt. Ah ja, genau. Einen Trockenständer brauchen wir noch. Ich hatte den Trockenständer ja rausgeschmissen. Den bauen wir aus Holz. Ja, wo kommt der jetzt hin? Ich würde sagen, hier so dran. Okay. Da ist eine neue Jacke fertig. Wunderbar. Also das funktioniert ja alles doch ganz gut. Emelin ist im Leerlauf. Ja, Emelin. Kein Problem. Es gibt genug zu tun. Jetzt will ich mir nicht schlafen gehen. Aber nein. Jetzt muss noch der Trockenständer gebaut werden. Das Ding hier muss auch mal langsam repariert werden. Könntest du eigentlich danach auch noch machen. Shift-Klick natürlich. Reparieren. So. Hier am Trockenständer. Rohes rotes Fleisch, rohes Rauchblatt und heute. Passt. Kann so bleiben. Und wir sind im Frühling angekommen. Wir sind im Frühling angekommen. Jetzt würde ich wirklich gerne mit einer Backsteinhütte anfangen. Ich denke, wir machen das einfach mal. Also Raum aus Ziegel. 23 für eins. Wuhu. Okay. Da muss ich aber genau schauen, wie viel Platz das braucht. Eins, zwei. Das sind drei. Vier. Fünf würde ich sagen. Fünf mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, fünf mal zehn. Wow. Und wir brauchen auch noch richtig viel Stein dafür. Nicht nur Ziegelstein, auch anderer Stein. Das ist natürlich sehr krass. Da warten wir noch ein bisschen mit. Ich meine, wir haben jetzt zwei Brennöfen hier. Alter, brauchen wir nur Strohfülle, ne? Ich würde sagen, dass wir da nochmal zwei mehr von bauen. Okay, du kannst auch später nur essen. So, und die haben jetzt natürlich die Einstellung übernommen. Und wir können hier direkt hochgehen auf 400. Ja, und wir brauchen auch mehr Stein. Das heißt, Ken darf weiter Steine klopfen. Ähm, abbauen. Nehmen wir einfach alle Steine in der Nähe. Da hinten hätten wir ja noch mehr. Hier ist auch noch Erz. Und hier, wissen wir ja, ist noch irgendwas anderes, das mal beobachtet werden muss. Das ist wahrscheinlich Silizium. Mal schauen. Okay, Batteriezustand sieht gut aus. Forschung, mein Gott, das dauert so lange. Vanessa muss jetzt mal hauptsächlich forschen heute. Ist ja eh Hauptaufgabe. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Das wird schon laufen. Vanessa trägt, ja. Tragen ist natürlich immer... Ja, Brennoffen versorgen. Das ist halt der Nachteil, ne? Ich glaube, da müssen wir nochmal rein. Das war Vanessa... Das war Vanessa da so ein bisschen rausnehmen. Auf zwei setzen. Zwei, zwei. Und forschen dann hoch auf die eins. Ich meine, dann wird die Immune immer forschen. Ist aber okay. Wir können ja Forschung auch immer pausieren, meine ich. Geht das? Nee, können wir hier nicht pausieren. Über Prioritäten dann halt. Okay, aber jetzt mal die Forschung zu Ende bringen. Das dauert schon viel zu lang. Grayson hat einen kleinen Streit mit Vanessa. Oh nein. Streit im Paradies. Emeline ist eben leer drauf. Grayson geht pennen. Grayson hat keine Hose an. Grayson. Kannst du doch jetzt nicht schlafen gehen um 14 Uhr. Nee, eine Hose. Und ein Hemd fehlt da auch. Rechtsklick. Danach. Äh, wir haben für Hemden nicht genug Ressourcen. Dann. Danach vegetarisches Leder. Vanessa hat auch keine Hose an. So, eine Hose ist fertig. Die kannst du direkt anziehen. Ich würde aber sagen, wir lassen Vanessa den Vorzug. So. Vanessa zieht eine Hose an. Grayson stellt noch eine Hose her. Oh Gott, Grayson ist bewusstlos geworden. Der war zu müde. Eieieiei, der Ärmste. So. Uns werden die Stöcker knapp. Aber unsere Felder kommen jetzt wieder in Schwung. Und dann auch endlich die Stoffblüte. Die hätten wir schon früher gebraucht. Das habe ich einfach verpennt. Ich bin aber froh, dass wir das jetzt machen. So. Und jetzt ist die Forschung auch fast fertig. Dann können wir nämlich auch aus Synthetikstoff viel mehr herstellen. Und bei den Stoffen ist es ja so. Wo sind sie? Hier. Dass wir... Ja, wir haben ein paar synthetische Textilien. Ist auch nicht so viel, ne? Aber... Immerhin. 35. Aber wir können dann Synthetik aus Hautränder herstellen. Meine ich, ne? Hm, mal sehen. Ja, Treibstoff fehlt. Äh, was macht Ken? Ken ist... Ken schneidet. Gut, genau das wollte ich sehen. Synthetische Rüstung. Wunderbar. So, jetzt mal eben schauen hier. Pullover. Oh, Stoff und synthetische Textilien. Habe mal gesagt, das lassen wir mal so. Mantel aus Leder, vegetarischem Leder und Stoff auch. Die synthetische Textilien lasse ich mal noch raus, weil ich noch nicht weiß. Wir finden es aber gleich raus. Hose, das kann auch so bleiben. Turnschuhe, das kann auch so bleiben. Mütze, das kann auch so bleiben. Und Hemd ebenfalls. So. Jetzt mal eben schauen. Stoff aus Stoffresten. Das ist ja sowieso immer an. Kann eigentlich immer anbleiben auch. Vegetarisches Leder. Aus Hautränder. Kurzer Bogen, da haben wir das Limit erreicht. Speer auch. Haben aber gar keine auf Lager. Da muss nämlich nicht mal, sondern bis eingestellt werden. Dass wir immer einen im Lager haben. So ist es gedacht. Es ist einer auf Lager, deswegen wird da keiner gemacht. Aber Bogen muss jetzt halt hergestellt werden. Und da ist keiner auf Lager, deswegen ist das aktiv. Ja, Stoff aus Stoffresten. So, Bandagen haben wir das Limit erreicht. Was ist das Limit? Acht. Da würde ich mal hochgehen. Heilungsbalsam haben wir auch das Limit erreicht. Da würde ich auch hochgehen. So, und jetzt müssen wir schauen. Herstellen. Ne, wir können noch keine Synthetik herstellen. Das kommt noch, Leute. Das kommt noch. Ich meine, dass das auch in der Forschung ist. Da gibt es nämlich irgendwo... Ja, wir haben hier die Veggie-Rüstung natürlich. Es ist aber halt auch wirklich Rüstung. Hier halt eben Synthetik aus Insektenfleisch. Das ist schon nicht schlecht. Das ist eh gleich fertig. Wir machen danach mal... ...die Elektroschmelzen. Und danach die Chitiden-Synthetik. So, dann bauen wir davon mal noch einen. Sag mal, reparieren ist offensichtlich... ...ist das nicht eigentlich auch versorgen? Das ist das hier. Und das wird deswegen nicht gemacht. Okay. Irgendjemand wird jetzt reparieren kommen. Irgendwann. Ich möchte das gerne jetzt reparieren. Danach, wenn Ken das hier schon hingetragen hat, darf er das auch eben bauen. Weil Batterien gehen langsam runter, ja? Wind ist momentan nämlich auch nicht. Elektrischer Forschungstisch. So, das ist sehr gut. Jetzt reißen wir das Ding nämlich ab. Ich hab's falsch gemacht. ... Und, jetzt da. cowコ Vitamin. ime Gut. Dann soll das Vorschnitt... Oh, schaut mal hier. Jetzt geht es aber richtig ab mit der Batterie. Oh, der Verbrauch 20. Das ist natürlich schon ordentlich. Alte Ausrüstung. Naja. Wir arbeiten dran. Die Stoffblüte, es wird wirklich höchste Zeit. Die Stoffblüte, es wird wirklich höchste Zeit. Die Stoffblüte, es wird wirklich höchste Zeit. Elektro-Schmelzen. So, wir brauchen nämlich die... Wir brauchen die Energie ganz dringend, ja? Und wir müssen natürlich auch noch so ein paar andere Sachen herstellen, die wir momentan noch gar nicht so richtig verwenden. Ähm... Ist eigentlich auch nix für draußen. Wir müssen doch eine Hütte bauen jetzt, Leute. Vielleicht baue ich unsere Schlafkammer doch nochmal. Aus... Aus... Oder wir können natürlich auch normalen Stein nehmen, ne? Aber normalen Stein haben wir jetzt auch nicht so viel mehr. Das ist das nämlich. So, fünf mal zehn habe ich gesagt. 652 Stein. So, ähm... Ihr wisst, was das bedeutet. Da war der Abbaumodus leider schon wieder aus. Was ist das denn schon beobachtet worden? Ein bisschen. Was ist das? Ach, das ist auch nochmal Erz. Okay. Ich finde das krass, dass wir überhaupt keinen neuen Siedler dazu bekommen. Normalerweise bekommt man ja auch einen dazu irgendwann. Naja. Okay, Leute. Ich mache hier Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Tschau. 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 Vielen Dank.